Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Man muss nicht alle seine Kinder impfen lassen, nur die, die man behalten möchte. Ewig telefonieren, obwohl der Hund muss und schließlich auf den Teppich kackt. Wie sagte Mama schon, mit vollem Hund spricht man nicht. Was passiert, wenn ein Clown in der Mitte zerteilt wird? Er ist nur noch halb so lustig. Ich hab es heimwerkermäßig voll drauf, kriege die Bohrmaschine nicht mehr aus der Wand und hab jetzt ne Jacke draufgehängt. Ich fühle mich so, als wäre mein Leben ein Film. Aber er läuft im Fernsehen, deshalb sind die Sex-Szenen rausgeschnitten. Ja heißt ja. Ja ja heißt leck mich am Arsch. Ja ja ja, Coco Jumbo. Was Fremdwörter angeht, was Fremdwörter angeht, bin ich eine echte Conifere. Womit werden Fußbälle bemalt? Mit Ballack. 90, 60, 90 bin ich auch nur dann, wenn ich am Blitzer vorbeifahre. Eine Bronzentablette fallen lassen. Ich, etwas tollpatschig. Die Bronzentablette unter Wasserhahn sauber machen. Ich, dumm wie scheiße. Mein Vater zu mir. Wechsel doch die Bettwäsche, bevor deine Freundin kommt, damit sie nicht schwanger wird, wenn sie sich aufs Bett setzt. Ich nenne meine Frau nur noch Schalke 04, denn sie wird auch immer zu Hause geschlagen. Das mit dem Motorradführerschein wird nichts. Sobald ich einen Helm aufhabe, komme ich in den Power Rangers Modus und werde alle verkloppen. Jede Maschine ist eine Nebelmaschine. Man muss sie nur falsch genug bedienen. Trotz Männergrippe habe ich gerade eine Fliege mit bloßer Hand zerquetscht. Der Jagdinstinkt eines Kriegers verlässt mich auch kurz vor dem Tode nicht. Da will man einmal heimlich auf der WG-Toilette pupsen, aber durch die Akustik der Schüssel ertönt das Horn von Gondor. Hey Siri, wie groß ist mein Lörris? Die Route wird berechnet. Wie nennt man Kühe ohne Sinn für Humor? Femnazis Die Stadt schreibt, sie habe meinen Pass gefunden. Zur Abholung soll ich bitte meinen Pass mitbringen. Ämter, genau mein Ding. Im Seniorenheim hängt im Speisesaal ein Bild vom letzten Abendmahl. Das ist genau mein Humor. WhatsApp-Status von meiner Oma. Renate, halb Rentnerin, halb Granate. Wo ein Wille ist, sollte kein Sofa sein. Der terrorverdächtige Syrer wurde durch einen Syrer geschnappt. Jetzt wird das aber kompliziert für den besorgten Burger von heute. Yeah, wenn ihr links klickt, kommt ihr auf die letzte Folge. Und wenn ihr rechts auf das Logo klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn brandneue lustige Witze gibt es jeden Freitag um 17 Uhr. Jeder liebt Witze und jeder liebt es zu lachen. Also empfehlt doch diesen Kanal einfach mal an einen Freund weiter. Haut raus, bis nächste Woche.